Aber sie sind ja vorher selbst ins Hafthaus gekommen und haben den Gefangenen mitgenommen. Das war jemand anders, ihr Idioten! Wir haben sie doch selbst gesehen. Seid ihr sicher, dass der Oberleutnant... Ihr müsst in wenigen Minuten unbedingt das Feuer auslöschen. Es ist eine Schande, dass die Soldaten der deutschen Wehrmacht nicht im Stande sind, diese sofort zu machen. Wenn dem Kriegsgefangenen, der im Gefängnis sitzt, etwas passiert, wird Oberleutnant Ruben uns alle vors Kriegsgericht bringen. Und weißt ihr, was das bedeutet? Und jetzt los! Schnell! Ran damit! Halt damit! Tschuy, wenn du sieética? Grigori! Grigor! Gopel! Wir sie haben. Huh so ein間er fala andablos hin.